Ich bin Isa, geboren 2000. Ich komme aus Leipzig. Keine Ahnung, was ich hier soll. Oh, was ist das? Hast du vergessen, Isabel? Wo der Familie gibt es keine drin? Bist du vielleicht mal auf die Idee gekommen, dass ich dich brauche? Ich will, dass du mir antwortest, verdammte Scheiße! Es tut mir leid, Isa. Denkst du, du kannst jetzt einfach auftauchen und sorry sagen? Du hast mich doch gerufen. Na und? Keiner braucht dich. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist.